Ich bin auf jeden Fall gespannt was der Reset für einen Angriff vorbereitet hat. Ja ich bin gespannt ob die Gmw bei Arty einsetzt. Ja, safe, safe, safe. Bei Gmw wirst du definitiv in der Verteidigung Arty sehen. Bei Angriff hätte ich gedacht, hm, mal gucken ob er das macht. Bei Arty finde ich es naheliegend, weil du genau weißt wo der Gegner steht. Ja, auch in der Verteidigung hast du eigentlich genug Einsatzmöglichkeiten für eine Arty. Klar, ein guter Arty spieler findet was, aber da weißt du halt nicht von wo er kommt. Ja, klar. Auch gerade ist halt so ein guter Arty spieler oder so extrem wertvoll, der kann manche Panzer einfach One Shot rausnehmen wenn der gut trifft. Da hast du halt diesen A&G Effekt. Aha, okay. Ich habe neulich Arty gespielt in irgendeinem CW-Freundschaftsspiel und habe einen EV90 rausgenommen. Habe ich mich gefreut. Ja, siehste, da sind so die Drehbilder, ne? Gerade so ein Spotter, das ist wichtig, ne? Ah, gerade EV90. Da kannst du so ein Match schnell mal drehen, ne? Also da habe ich mich echt drüber gefreut. Oh, es geht los. So, es geht los. Burask, Ragnarök. Ja, Ragnarök. Noch ein Ragnarök, okay. Gibt es erstmal nicht aus wie ein... Ah, hier ist drei! Das ist drei, okay. Ich wünsche, da konnte EVEN. Paladin, Burask. Drei Ragnaröks, okay. Ne, da kommt keiner Arty, das kann ich dir sagen. Da wird keiner Arty kommen. Da Gmw. Ne, Parakula bleibt dabei. Das ist ein Setup schön. Wäre sehr komisch, ja. Ja, wow. Wie zu erwarten. Und zwei Burask. Okay, GW mit Burask. Doppel Ragnarök, äh, dreimal Ragnarök Paladin. Also deutlich schwerer von Gmw. Noch ein Burask und zwei mal T32. Sehr interessant. Ja, also nicht mehr so beweglich wie eben. So, dann sind wir mal gespannt. Ich denke, die Hammur damit ein bisschen gerechnet, dass das Reset auch Angriff ohne Arty spielen wird. So, jetzt sehe ich noch gar keinen. Ja, ich sehe jetzt auch keine Panzer mehr. Alles klar, perfekt. Ich ziehe mal gerade rüber, ob ich da was sehe. Aber das ist ja echt ein komischer Modus. Keine Ahnung. Sind bei mir alle im True Vision Mode hier. Ah. Naja, egal. Müssen wir damit klarkommen. So, was macht Reset hier? Gut. Reset fährt... Oh, komplett links. Bis auf einen Light und einen Burask. Die fahren in die Mitte. Sehr interessant. Wie teilt sich Gmw da drüben auf? Gmw fährt über Norden. Die Hauptteil. Ach, sogar die zwei, die sich abgesetzt haben und fahren über die Mitte, ja. Die wollen in Norden pushen. Das sind bestimmt die Burask, ne? Ne, ein Scout und... Ja, wie ich den jetzt mal einzoomen könnte. Und die Ragnar Rocks über oben, wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Ja, das war ein Burask und ein Scout. Ja, die Ragnar Rocks und der Scout über oben. Alle im Norden. Ah, aber... Aber Reset hat da oben wenigstens die Position auf dem Pass. Die ist natürlich da eine gute Abwehr gegen. Sind sie? Ich denke... Stimmt, Gmw spielt ohne Light nur mit Burask. Ich glaube, die warten nur darauf, dass Reset hier oben pusht die Ragnar Rocks. Die haben ja die Falle schon aufgebaut. Aber sind natürlich auch ein bisschen blind ohne Light, ne? Der einfach mal drüber jodeln kann. Aufmachen kann. Oh, jetzt kommt der Push von Reset. Und jawohl, da fliegen die Schüsse von den Ragnar Rocks. Ja. Oh, da auch der Ragnar Rock kassiert hart. Oh. Beide One-Shot. Beide One-Shot. Unten der IS-3 und oben der Ragnar Rock. Beide One-Shot. Nicht gut getradet, oder? Von Nostradamus nochmal. Boah, ein bisschen unnötig. Aber die Zwei haben sie durchgekriegt. Zwei Heftig sind durch. Ähm, jetzt wüsste ich gerne, wie viele Hit-Points die noch haben, aber... Ja, der eine ist One-Shot, der andere ist noch voll. Qualm tut er, ja. Ach, der ist das, okay. Oh, Schweiger. Die Counterposition auch gut eingenommen. Jetzt ist er raus. Ui. Jetzt ist er raus. Sie ist Reis, wie hast du von Reset? Die Burrass kommen über unten jetzt so langsam ran. Das sind aber so ein bisschen... Ah, das kassieren auch. Das war ein Burrass, glaube ich, der gerade rausgegangen ist. Wenn ich mich da nicht verschaut habe. Oh, da kassiert... Der nächste kassiert auch. Oh... Die haben wir den Angriff da schön zum Stopfen gebracht. Ah, jetzt geht das der Panzer bei... Hier raus ist es natürlich aber schon... Der ist der zweite Teil nach meiner Anzeige. Ah ja, stimmt, hast recht. Weil ich dem nicht trauen würde. Der dritte Schuss. Der andere hat sogar noch ein paar HP. Hat er noch ein zu viel kassiert. Die Ragnare kommen jetzt auch zum Cap. Ja, jetzt ist es vorbei. Jetzt fangen sie die zwei an. Die bei einem anderen Burraske. Ja, definitiv. Schade, Panzervorteil oben nicht genutzt. Einen kriegen sie noch raus. Das war der. Die Falle gestellt und dann... Schwupp. Oh, ganz zum Schluss habe ich noch eine Anzahl gesehen. 0-2-6. Oder was stand da? Man weiß es nicht. Ja, das geben wir sich auf Elaluf auf jeden Fall behaupten können. Definitiv. Definitiv haben die sich behaupten können. So, gehen wir nochmal in der Auswertung rein. Ja, die Ragnareks haben auf jeden Fall ihren Job dort gemacht. Ja. Paladin sich auch gut behauptet in der Mitte. Aber Schaden ist über das ganze Team verteilt. Also da hat jeder mitgemacht. Ja, wieder sehr gut über das Team verteilt. Bis auf die T32. Ah, du musst so sagen, die T32 sind dort eher so die HP-Piñatas in der Mitte. Ja, sind halt hier in Anissa. Mit denen du rechnen musst. Sonst kannst du gleich reinfahren. Und auf Reset-Zeiten... Oh, Burask und Even. Ganz schön Damage gemacht, muss ich sagen. War auf jeden Fall knapper als die Runde davor, muss man auch ganz ehrlich sein. Ja.